Hallo und willkommen zu einer neuen Folge vom Forest Test. Der Wald, der Wald, der Wald. Der Wald oder kalt? Der Wald. Wieder mit am Start ist das die Dian. Erstmal Frühsport. Erstmal früh brennen. Ein Frühbrand. Ja, das ist vom Suft gestern. Es brennt immer noch im Hals. Ich würde ein bisschen weiter reingehen. Ah, du bist jetzt nicht mehr. Meistens fühle ich das, wenn die noch brennen oder nicht. Bist eben ein ganz heißer, ne? So, wo waren wir denn stehen geblieben? Ach stimmt, wir haben ja noch ein bisschen was gebaut, ne? Ja. Heimlich. Heimlich, unheimlich. Wir haben ein Floß. Und noch ein Seil. Und noch eine Seilbahn. Das eine war, wo wir das letzte Mal gestaltet haben. Einfach weg. Musst man nochmal neu setzen. Ja. Na geil. Probos Seil, ich hab's Seil. Brauch mal irgendwas Seil. Wo kommt die nächste Bahn hin? Ich weiß, was ich mach. Tschüss. War das von da oben, da runter? Wait. Ich hole Baumstab. Ich glaube, es fehlt noch was. Ah ne, da hinten ist es jetzt gut. Ich baue unser Pavillonka fertig. Na gut. Aber wir müssen auch mal wieder ein bisschen in die Höhle. Ich glaube, die grüne Höhle habe ich gefunden. Oder? Ah ne, die grüne Höhle hat nur... Irgendeine Höhle hatte ich neu gefunden, die hatte ich markiert gehabt. Okay. Das ist aber auch schon wieder ewig her. So. Halbes Jahrhundert oder so. Gefühlt. Hallo Verena. Und Hasi. Was ist mit Hasi passiert? Gute Frage. Nächste Frage. Hasi geht's gar nicht gut. Da hatte ich meine Axt. Ich hab auch gedacht, meine Fortkratzer sind irgendwie weg. So. Lassen wir wieder Bäume fallen, weil... Von nichts kommt natürlich nichts. So ist es im Leben, ja. Oh. Oh. Harte Arbeit muss belohnt werden. Und Stiggys. So. Also wie viel spawnen wir denn noch alles hier? Nur noch Baumstämme. Sehr gut. Ja, das hat man glaube ich auch schon ein bisschen vorbereitet noch. Dass wir noch die Baumstämme brauchen. Weiß nicht. Ich bin anständig. Wir müssen irgendwas von Adidas haben. Adidas macht Hosen nass. Warte mal, der hat jetzt einen Stock in die Hand genommen. Hä? Der war voll Kopfschuss. Der war Kopfschuss. Ey. Hast du den Besuch? Ja. Der hat einen Stock in der Hand. Einen ganz großen. Ich habe einen größeren. In der Hose. Nein. Also sowas brauchen wir hier in dem Sinne des Play echt nicht. Du weißt. Das gute Arme Niveau. Welches Niveau? Ja, das von Nie. Wer? Ist das aus der blauen Tube? Blauen Dose? Blauen Dose? Ja. Nee, das mag ich nicht. So, das benutze ich auch nicht. Bleib lieber hässlich. Das war mir schon klar. Alter, wo kommt jetzt der Wind her? Wir brauchen Drachen. Oder Gleiter. Ob der Wind bei den Gleitern auch was macht? Denkst du wirklich, so realistisch ist dieses Spiel? Ja, weiß ich nicht. Deswegen frage ich ja. Wäre sehr interessant. Also cool. Hm. Ich glaube eher der Wind ist nur eine Sound-File. Und mehr nicht. Nee, die Bäume flattern ja auch weg. Mit. Okay, dann ist es bisschen mehr. Bäume flattern davon. Die knattern eher so wie du. Nee, ich war das nicht vorhin. Nee, aber das war ein richtiges Geknatter trotzdem. Oh ja. Nee, aber das war ein richtiges Geknatter trotzdem. Oh ja. Ja, die laufen da irgendwie mal entlang. Die trauen sich was. Boah, Alter. Deswegen die ganze angedacht hier das LP Performance. Da war es doch keiner. Was dann? Ich stehe in der Baum. Du siehst mich nicht. Jetzt kommt da noch so ein Zipfelklatscher. Okay, aber sind abgedreht. Also diesmal kommt sie von der anderen Seite. Einmal von vorne, mal von hinten. Alter, die sind versaut. Entschuldigung, ich habe einen Falschen getroffen. Echt? Boah, Hedgehop im Laufen, Alter, easy. Das war alles. Da hat ein anderes jetzt Angst bekommen, wach? Ich habe auf was gedacht. Ich habe seinen Kopf. Hier, er kommt wieder. Ich glaube der kommt immer so schnell wie dort. Ah, der nicht. die bäume knarzen die bäume knarzen im wind jetzt wird er auch noch darüber die mich ins loch ja wahrscheinlich nicht mal wieder jemand dass du immer irgendwelche lang sachen in löcher holen die wollte das so mein bauch knurz und das nicht im spiel hallo mit ihren stöcken die ganze zeit so ist das ist ein kollegen nach danke für den stock der wollte mir einen stock bringen die alle der sie meinen arsch erwischen können nach und jetzt mal ich wollte doch kein zu klein ich habe einen kleinen baum gefällt ich wollte den großen das ist jetzt wieder unsere bild ja ja ich weiß da hast du recht und du sollst nicht weiß dass wir auch andere manche tragen die gürtel auch tiefer wenn sie überhaupt ein tragen der erste wird über die gürtel gehen ja deswegen ist auch nicht unter der gürtel alles hat am ende nur die wusste zwei nein ich habe kein baum baum gefällt sondern ein sticky baum gefällt halt daran schon wieder kommt da irgendjemand die sind eben gerne bei dir warum wir trifft euch nicht ab in den abgrund ja 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 ich dachte ja an den urlaub wo der boden ganz tief unten ist und die fressen wie dein kollegen oder kolleginnen divers so nehmen wir das doch ich glaube die sind echt divers du sie doch nicht so einfach in eine schublade stecken ne ernsthaft die haben doch nichts ja vielleicht brauchen die auch nichts die vermehren sich eben andersweilig aber wie gehen die aufs klo das ist ja schon das wichtigste kommt einfach dann schwitzen die das raus weil die nackt sind das eine oberfläche zum ne gute frage die natur findet schon ihren weg schlagen die sich gegenseitig okay schau zu macht es guck mal hier ich habe feuer gemacht gibt mir aber ja Respekt ich würde dir kein Respekt geben ich würde dir kein Respekt geben ich würde mich austricksen ich würde mich austricksen ich würde mich austricksen er ist hier da er brennt willst du auch brennen können nein was tust du nur komm wir machen ein Grillfest zusammen setz dich her komm komm Dude setzt dich neben mich jetzt geht ja der kurz dann noch jemandem komm jetzt Nicht lachen weil die lachen weil die brennend lacht du jetzt würde ich aber auch lachen könnte lachen alte sau komm nochmal her ich krieg nun Kopfschuss da frisst deine kollegen aus dem feuer Jetzt hat sie mich angeschrien und dann habe ich sie gekillt. Ihn, das, die Gers. Ich finde schön, wie die Vögel auf den Leichen landen. Vögel. Vogel. Oh, der Vogel ist auch ins Feuer geflogen. Wahrscheinlich war der im Kalt. Den war bestimmt kalt. Oh, ich habe so viel Rüstung. Alter, was geht denn? Ich kann keine Knochen mehr tragen. Oh, dann gib mal was, du mal was weg. Wir brauchen noch 51 Knochen. Dann mache ich hier schnell den Korb. Der Korb, der braucht vor viel. Fuck, ey. Verdammt. Die liegen dann bestimmt nicht mehr hier, wenn ich zu dir komme. Warte mal, geht das? Mogey. Ich komme. Schön war's. Kann ich die währenddessen? Nein, kann ich nicht. Du bist auch außer Atem. Ja. Oh, hier kommt auch wieder Besuch. Bei uns. Oh, ne, die gehen weg. Die wollen nicht zu uns. Katze. Katze im Mondlicht. Was hast du mit deinem Mondlicht? Ist schön. Hast du ihn heute nicht gesehen, den Mond? Ich habe einen Fisch dabei. Jetzt lauf, kleine weibliche Hündin. Alter, da hat jemand aber sehr starke Halsschmerzen. Das sollte man irgendwie Hustenzucker nehmen. Husten, die. Ich bin gespannt, ich werde die Knochen, Knochen, Knochen liegen nicht mehr da. Ach doch. Oh, die ersten sind verschwunden. Ja, ich bin fast fertig. Ich habe 19 Stock, jetzt habe ich 20. Was essen? Meine Angst ist blutig. Ich habe fleißig gesammelt. Ach Mist, die habe ich vergessen. Diese Bäume am Hang sind echt scheiße zu fällen. Warum kannst du die nicht einfach da unten fällen? Weil das nicht geht. So ein Ziepfeklotche. Ja. Hast du denn da noch Seile? Ich habe, glaube ich, keine Seile. Aber ich weiß, wo es welche gibt. Mit dem Dorf hier unten gleich mit. Ja, ich kann nicht mal fix schauen. Da habe ich auch noch eins. Fakt, der hätte ich vorhin eins duplizieren können für dich. Glaube ich. Ich kann wirklich nicht mehr auf die Däne kommen. Was? Von welchen Dächer? Von den Häusern. Ich bin da gerade drauf gesprungen, aber gleich abgedutscht. Wozu brauchen wir schon wieder zwei Seiler? Sag, da sind nur noch zwei Seinen. Was hast du schon wieder vor? Wir brauchen nur noch eins. Ja, siehst du den Blueprint nicht? Ja, ich sehe es gerade. Ja, siehst du? Da brauche ich nicht mehr so lange heimwärts von der Arbeit. Ja, das dauert aber bei dir ewig. Ja, leider. Wie ist das? Ich denke, brauchst du denn zu bellen? Fallen. Fallen. Furi. Schau mal, es wird wieder Nacht. Du kannst gleich wieder singen. Nö. Das will ich nicht mehr. Vorher hast du es aber noch gemacht. Ich weiß, dass du das schön findest. Wie ihr es nehmt, ich ertrage es halt. So, dann. Oh, dann machen wir noch hier so Dinge. Soll ja auch bitte schön sein hier oben. So, warum liegt der Baum jetzt hier? Ich brauche Hartz. Vier, Hartz. Ich habe ganz viel Hartz. Das ist voll flumm. Du fällst die ganze Zeit Bäume und hast die ganze Zeit Hartz. Ich habe nie Hartz. Ja, wenn du nie Bäume fällst. Weißt du, ich gehe hier schwer schuften. Ja, es gibt halt Leute, die sind Architekt und es gibt Leute, die sind Bauarbeiten. Ja, ich kann ja auch nicht alles machen. Du dir nur wieder diese schönen, einfachen Aufgaben rausgesucht hast. Tja. Aber verdient trotzdem mehr Geld dabei. Ja. Das ist das Ungerecht hier, in diesem Land. Alles realistisch. Alles realistisch. Alles realistisch. 25 Stück brauchen wir noch. Ja, für unten, aber nicht für hier oben. Außer ich überlege mir noch was. Was gibt es noch schön? Das ist eine kleine Bank. Genau, die kleine Bank stellen wir noch da rein. Aber wo ist die schöne an der Aussicht? Ja, ich bin gerade verwirrt. Wo muss man hin? Ach, da muss ich hin. Ich gehe mich hier gerade nochmal aus. Machst du schon wieder Dekolampen? Hm, deswegen hat es hart. Ja, warum nicht? So, ich will erst mal bei Stiggis so werden. Oh, cool. Wollen wir uns dann mal ganz kurz zu Battle legen? Das ist cool. Erst wenn du noch eine Salte rein machst. Das muss ich mir noch überlegen. Nein. Ich brauche Hart. Hart. Gibt es hier bei mir. Ah, cool. So. Ist drin. Okay. Ist nur schon eine Stöcke. Hallo. Wozu brauchst du schon wieder Stöcke? Nein. Nein, Punkt, Punkt, Punkt. Ja, hier liegen keine Stöcke. Doch da einer. Zwei. Normalerweise liegen ja unter den Bäumen. Sehr viele. Auch Hase. Kleiner Stockfanatiker. Stock im Arsch. Nochmal zwei. Einer finden. Okay. Jetzt hätte ich fast aus Versehen einen Verena getötet. Einen Verena. Divers. Sag jetzt nicht, dass die Lebewesen jetzt auch schon bei dir genderneutral behandelt werden. Okay, geht nicht. Äh, na, warte nicht. Alter. Da sind gerade zwei Typen herumgerannt. Der eine gerade, der andere gebrückt. Das sah aus, als würde der in dem sein Arsch stecken mit seinem Kopf. Und so mitlaufen. So, wo bist du denn? Achso, wir haben hier oben noch kein Bett. Hehe. Ich bin doch am Arbeiten. Ja, und mir Stress machen, dass wir ins Bett kommen. Ja, ich warte die ganze Zeit auf dich. Ach, das ist der Hammer. Wie auf Arbeit. Immer warte ich auf dich und dann, wenn du da bist, dann, ja. Was fehlt denn hier noch? Nichts. Nichts. Dann wird sich immer über mich beschwert. Schlafen können wir noch nicht. Au. Ja. Es. Gute Keule. Nee, die will ich nicht. Bei mir können wir schlafen. Echt? Bei mir noch nicht. Ich schlafe. Du kriegst gerade dazu. Ich weiß. Nicht mehr lang. Dann hat er schon einen Pfeil in sich stecken. Ja, da hängst du. Na komm schon. Schalt um. Jetzt hat er noch ein Bein dabei. Ah, jetzt. Ich höre schon wieder in der Wand hier hinten jemanden atmen. Warum wirst du ständig Leute atmen? Ja, und die sind halt unter der... Wart. Ich kann doch einen Geisteszustand gucken. Au. Da hinten kommt. Geistiger Zustand, 100%. Warum höre ich Leute atmen? Ich sehe tote Menschen. Ich glaube es dir ja nicht, dass du so einen geistigen Zustand hast. Dann ist eher... Ja. Das stimmt. 10%? Ich weiß noch, dass es schon zu viel ist. Geist gibt es keinen. Ich schlieb's los, Barstas. Oder 100% gestört. Höllegefühl, 500%. Ich... Ja. Das heißt, die machen 100%. Die machen 100%, nee. Okay, keine Ahnung. Höllegefühl, 51%. Oh, ich muss trinken. Gesundheit 100%. Energie 98%. Ausdauer 98%. Weil wir geschlafen haben. Genau. Macht Sinn. Schnell einen Fisch schnabulieren. Gut, ein Fisch. Einen Schluck. Eier, Schildkröten, Alu. Mh, lecker. Iso-Propanol. Tu mir deinem Iso-Propanol immer. Ich mag das, Alter. Jetzt geht's mir wieder richtig gut, ne? Was sagst du? Heikopf. Ich bin's wieder, euer Heikopf. Ich bin's heil. Was will ich? Komm. Wofür brauchen wir jetzt noch Baumstämmer? Wie viele Brammer denn? Äh, angeblich... Ach doch, 13 Baumstämmer. Ja, da fehlt einer. Zwei. Ne, normal. Ja, doch, ja. Hä, aber da oben? Alter, Kurzzeitgedächtnisangröbeln. Ne, da oben. Da hab ich doch keine Baumstämmer. Da oben was nicht beendet. Jetzt, da hab ich. Aber doch keine 13 Baumstämmer. Ich geh mal ganz kurz auf Insels, äh, rüber. Ja. Und schau mal, was da fehlt. Da ist ein Steg. Da hab ich ein Steg gebaut, ja genau. Ah, die Bären sind oben, übrigens. Der Steg ist das Problem. Das hab ich doch grad gesagt. Der Steg, den ich da gebaut habe. Ja, ich kann keine Heidelbeeren mittragen. Du traust dich was. Na gut, dann geh ich wieder. Oh, leckerer schmeckt das. Gut, ja. Ich hab hier die ganze Sträucher leergekettet. Das sind echt viele Sträucher. Das ist wohl ein bisschen weit. 100, 100, 100, 100. Killschutz 0, Tano 0. Stärke 27. Es gibt eine Stärke. Gewicht 205 LBS. Wie viel ist denn das in Kielbe? Athletik 30, 6. Zeig, kid. Ja. Ich hab ein Steg. Hey, nicht entsetzen. So, da freu ich mich, wo das Diggi noch fehlt. Äh, das ist... Äh. Was ist denn da? Das ist ein Baumstamm. Baumstamm. Boah. Ich weiß es nicht. Apropos. Ich könnte hier noch was bauen. Ich muss dann auf die andere Inselseite und den Steg fertig stellen. Du hast aber einen weiblichen Huster gehabt. Ja. Soll man eine feminine Seite. Ich glaube, ich muss mal hier unten unsere Gäste killen. Ich brauche euch. Ich brauche euch. Ihr seid nie. Schlechte Hilfe, wenn ihr wegrennt, ihr Affen, ey. Kommt zurück. Ach, die laufen halt wirklich wie auf dem... Ne. Nur nicht sein, ich war noch grad voll viele Stimmen. Wenn ich jetzt schaue... Wenn ich jetzt schaue... Haben wir bestimmt hier oben... Ach, ein Zaun. Jetzt kommen sie wieder. Ach, der hat ja auch eingefroren und jetzt kommt sie zufrieden. Ach, daneben. Entschuldigung. Oh, das ist die. Go, das ist die. Brauchst du Hilfe? Nein. Alles gut. Ich bescheiß die. Ha, ins Auge. Mach grad was. Ey. Ja. So, dann folgt's mal hier. Ja, mein Pupser. So, geht doch. Du hättest gedacht, hier liegt ne Krabbe. Was für ne Krabbe? Jetzt haben wir wieder... Jetzt kommen die weiblichen Fans wieder an und schreien. Blöd. Ja, die wollen halt auch bis... So, dann wie ein Pfeil in deine Augen fliegt. Sieht bestimmt krass aus, wenn der genau in dein Gesicht fliegt zum Pfeil. Ich will das lieber nicht wissen. Wollen wir das mal testen? Willst du das mal sehen? Heute Morgen nicht. Verena? Bleib stehen. Verena? Hier. Hier bin ich. Ach, du bist ja nackt. Geil. Hat sie sich wieder ausgezogen vor dir? Nicht für den Arm, sondern für den Lego-Arm. Okay, ich bin voll. Ich kann Stöcke... äh, Schädel tragen, das ist noch gut. Oh, ne, doch nicht mehr. Verdammt. Stöcke habe ich neun, das heißt, einer passt noch rein in mich. Ich... ...typ. War mir hier? Frank-Sprache. Ja. Hallo. Hallo. Ich hau es in die Kiste. unsere erste kiste ist voll ich würde sagen wir machen eine kurze folgenpause oder schon so lange gespielt ja wir sehen uns dann gleich wieder in der nächsten folge wie du hast bei mir in der dina in der nase hängen die zwei zungenspitzen das kitzelt okay ja los schlag dich mit medina bis zum nächsten mal auf wiedersehen bis morgen nähe wann kommen wir nicht sicher ja tschüss